Heid und sowas, es wiegt so viel Heid und Fiber so, das könnte alles stoppen. Wenn ihr auch weiter aufreden habt, ich weiß wo Diablo baut. Ilka hatte Large Bear Traps, die sind voll schwer. Wir brauchen auf jeden Fall Cementing Pasta dann als nächstes. Können wir abziehen? Ja. Weil, ne, wir sind im Chat ziemlich Präsenz. Raid ist easy, Alter. Ich hab die Turrets nicht einmal gemerkt, Alter. Hatten die eine Metallbase? Ja, ja. Ja, halt. 2C4, dann waren wir drin. Hatten sie viele Turrets? Nein. Unterschätzte den Rest nicht. Ich hab jetzt nur ein bisschen Turret-Munition. Ich hab jetzt 500, äh 600 bisschen Turret-Munition. Was ist denn? Sind die Turrets gepinnt? Also ich lauf jetzt zurück. Ja, ich auch. Oh. 170er weißer rex nahe unserer base 170er was habe ich 170 einfach nur ein weißer rex der fand da was nicht stürt wo bin ich denn bitte hingelatscht alter hast du dein stuff noch geholt wollte ja deswegen bin ich ja noch hier mit den alu 217er rex nicht töten abgehauen abhauen muss schon nicht ihr habt jetzt impi alleine gelassen ja ja das ist üblicherweise so ich komme gleich von hinten danke molte für diese unterstützung ich will ich will auch lachen nochmal molte unterstützt hat molte unterstützt mich von hinne mit seinem laserschwert jetzt verstanden bin da ja aber irgendwie das laserschwert ist ganz schön klein ne ach guck mal der darf mol blockiert mich schon wieder und von hinne der schreddo eis super ja du musst dich ja auskennen mit dem doppellichtschwert ja klar aber nur bei allen anderen weißt vielleicht hat er ein doppeltes lichtschwert ja eben ich finde es halt schade ne da deadhunter hat jetzt im chat schon geschrieben ja tschau tschau fürs erste ich finde es schade ich hoffe sie kommen wieder dass sie die zeit jetzt nicht nutzen im radschutz verstehe ich nicht ja überleg mal sie können sich im radschutz jetzt unradbar aufbauen richtig naja die können sich da züchten tamen ja ausbauen es ist jetzt soviel möglich tribe name sie sind aber gut ja aluminium bitte raus stellen wer wir hatten wir hatten den orangenen äh terrible base genannt ich hab nur hin 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 aber das höhere mädchen ist als wir haben einer von tribe name hat alleine ganz kingdom gekillt nur mit ner long neck lass mich raten nach fall macht's tot zu lass mich raten Matti nee fritzi ah ok Matti hab ich vorher nicht auf nem server auf nem server getroffen na 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 ihr sellen die gegner nicht unterschätze kingdom kann nur was auf nem server der 24 7 online ist ok e und so nachdem hier ein vorteil ausnutzen und dann haben wir ein paar Baumkatzen der Raptor der gerade vor mir stand Jason ist leer du kannst du hast du auch die Narkofeiler rausgenommen ja Chris du kannst sie wieder holen ja du kannst sie wieder holen ja du kannst sie wieder holen den kriegst nicht mehr als meiner du meinst so zu kalt du bist du du bist du ich mach's jetzt hier in die schmissie wo ich gerade dran stehe ok warte was willst du denn ja danke aber ja kommt auf dem Raketenwaffe oder Fallschirm also Raketenwerfer hebe ich auf behalte ich auf jeden Fall ich hab mich bisher keinen und ich wollte schon nochmal rein so da sind die zwei Babys die schön unseren Tresor vollschleimen dass er von oben durch rauscht du du äh Fallschirme hm warte gott ähm reiß das 92 jaja ey überleg mal Impi das wäre wirklich so dass der Tresor da durch HP verliert oder weniger aushält kämpf ich zu mal bitte ich rüste mich grad aus im Tresor ist einiges an Zeugs ich hab euch schon stuff hergerichtet für wenn ihr sterben solltet und dergleichen es ist Rüstungersatz drin es sind Waffen auf Ersatz drin alles was ich bis jetzt ausgeräumt hab ist repariert da drin ich bin jetzt auf meiner Base also also alles was ihr an Loot mitgebracht habt packt sie in die mittleres Messie ich repariere alles und pack es danach in den Tresor hm ich bin gleich auch mader und dann brauche ich Zementpasta ganz viel Zementpasta Alter Eka wieviel Stuff hattest du ich hab soviel Rüstungssatz achso ja gib mal rein hä ich muss das C4 wieder zurückbringen ne nicht damit rumlaufen ja ja ich wollte es grad zurückbringen aber ich hab total ja was können wir vielleicht mehr mit sofort ich muss grad Eka noch den Stuff geben was eine haben könnte äh nehmt am besten ein Pärchen dann können wir züchten da sucht erstmal überhaupt Mounts mit zu ok das reicht danke spricht Terror Birds High Level Sabers High Level wir holen jetzt eine Baumkatze zwei oder drei sucht nicht so extrem nach Baumkatze checkt auch die anderen Tiere nach Level ok wir brauchen Mounts hauptsächlich da ist es scheißegal ob Baumkatze oder nochmal ja denk an die Pinguin hole ja ich geh jetzt gleich so welches Aluminium wer auch immer nimmt wem auch immer das das ist Polnanny tut mir leid es dauert ein bisschen länger so ein scheiß Alu auf Follow nach Hause zu bringen so die Rexe die ihr mit hattet ist überall Stuff drin im Giga auch tja wer hilft mir jetzt aus rein Aluminium ist auch voll ich bin erstmal Richtung Operieren dann komm ich ja Alu hier vorne ich hab so viele tolle Implantate ich hab noch ein bisschen Kommentare und so gelässt also mir werden sehr gelobt als Tribe an sich weil wir sehr gut miteinander arbeiten ja also es ist ist alles wegen dem Gehirn Ilka oder? nein das Gehirn das Gehirn Ilka ist ein bisschen spät gejoint das Gehirn es ist das Gehirn ich bin das Gehirn wo ist die Giga? ich hab jetzt neun im wo ist die Giga? ich schreib auch immer fleischig Kommentare ich schreib auch immer fleischig Kommentare wo ist die Giga? Leute Leute! Ja, 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 ich hab ne. Seid ihr, ich wollt grad sagen, nehmt bei mir wieder Drogen. Der folgt mir noch und ist einmal über den Berg. Im Bier schafft Drogen. In dem T-Rex Stormtrooper ist noch Stuff drin. Kristalle und Metall, könntest du bitte eine ausladen? Äh, Kristalle hab ich auch noch 900. Also der, der bei... Leck! Ja. Echt dicker Leck. Wow, die haben ordentlich Narkotik-Karte. Jaja. Und auch Narko-Pfeile. Ähm, 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 ähm. Haben wir schon ein Tresor für Implantate? Du kriegst keinen Tresor für Implantate. Dafür haben wir Struktur-Limit. Vergiss das. Willkommen, wenn du fertig bist, sagt mich halt. Du kannst deine Implantate im Listro sammeln. Genau, die Listro. Äh, w-w-w-was sollt ich sagen? Äh, Fischl? Aus. Wir haben ja, wir haben ja jetzt noch einen Männchen Base genannt, ne? Welchen Männchen davon könnte man benutzen? Du kannst hier das, das Männchen benutzen. Hat sie gerade zu mir ausgesagt? Ja. Danke schön. Ich bin kein Bello, oder so. Äh, 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 was denn, Chris? Ich weiß noch, was nicht Chris ist, ich weiß nur, er soll ruhig sind. Fähig! Hey, das Männchen, ich weiß nicht, wie viele Implantate drin sind. Feiert nur eins, seid ihr alle! Ja, geht in der Küche! Äh, im Stormtrooper ist noch Metall drin, das bitte mit in die Base. Ich bin bereit! Jaja, ich muss den, äh, bisschen leveln cap'n, der hat null Gewicht. Haben aktuell minus eins. Was? Was, was, was? Kindem hat gerade geschrieben, haben aktuell minus eins. Was ist passiert? Ja, vielleicht pranken die. Ilka? Ja? Was musst du machen? Ich muss den, äh, Dings leveln. Wie heißt der? Herr Robert, du bist schon draußen oder so? Null Gewicht. Wie bitte? Ich bin in der Base nur. Also. Oh, ich brauche auch wieder ein Terrobat. Ja, ich glaube, ich nehme mir. Oh, ist der hier noch frei? Ich nehme mir mit. Was? Äh, das ist meiner. Verschwinde. Da steht nicht dein Name drauf. Aber er ist imprinted. Fähig hier. Wenn du ihn nimmst, bringe ich dich um. Ja. Äh, die sind alle in der Base. Der Back, der nach Votation. Ja, äh, ich nehme ein Terrobat mit. Jato, gehst du alleine mit dem Frosch? Alter. Dann, wer geht mit Chris zusammen Zitrin-Keratin fahren? Wo fahren, Chris? Polo, kommst du? Was? Pinguin-Insel. Ich wollte jetzt eigentlich was Tame gehen. Also, der Jato ist gerade mit dem Frosch los. Reicht das? Was gut ist? Pinguin-Insel, Polo. So. Danach kann ich mit Tame gehen. Ja, mit Terry oder was? Ilka? Nein. Also gehen Ilka, Jason gehen in die Wüste. Ich komm, du. Zuhorche. Jason und Ilka gehen in die Wüste. Polo und Molde gehen ins Eis. Ja. Shadow geht in ein paar Seiten. Oh. Ich schmisch, man. Metall. Ähm, Polo, es geht hauptsächlich darum, dass wir... Wie geht es? Ich finde es gut, dass ich keine Arbeit rein. Ja, manche für schon mal zwei Sachen machen. Zwei Tegurien und noch zehn. Nicht darum, dass wir... Ich stehe nicht mal fest, wie wollen wir die mitnehmen? Sehr gut, ja, bestimmt. Oh, lol, das ist mit der Hand bis hierher laufen. Äh, auf den Dino? Ich wollte das sagen, okay, danke, weil das ist. Ja, das kann ich von meinem Alu nicht nach der Spezialist. Das kannst du auf jeden Dino. Die hat gerade eine Schnecke auf dem Giga getragen. Okay. Ja, los, ich schlopfe dir voraus. Äh, okay. Kannst du mir folgen? Möchtest du dich jetzt machen? Ja, natürlich. Ich kann dir ein Tüter... Nee, Moment. Kommst du jetzt, Polo? Ja, hä? Bin doch schon am Stargate. Alter. Ist mein Raptor wieder da? Hauptzahnach. Alles klar. Impy, was machst du jetzt? Metall. Also, ich lasse jetzt die Narko-Pfeile noch durchlaufen, dann gehe ich Metall mal. Ich seh, wie du... Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin hart überladen. Wieso, Chris, hat man dich vergessen in der Einteilung? Ja, geiler, denkt er mich. Warum, warte, ich hab Polo gesehen, ich bin gerade überhin drüber gedacht. Der Wichtigste von allen. Der Beste von allen. Dann geh mit mit dem Teilfahren. Der war am schönsten Sing. Also, Chris, will, glaube ich, später auch noch einmal auf der Pinguin-Insel. Ich möchte später mal, äh, auf jeden Fall noch mal singen. Ja. Hab, bitte, ein schönes Lied. Kein schmutziges. Oh, Blank. Ich wollte eigentlich ein Lied nur meinen doppelten Laserschwärts singen. Wenn du das anfängst, dann bist du weg. Nee, wir gehen Ding. Was? Schnee. Dann bist du weg. Aus. Komm. Bin durch. Achso, ich hab das gar nicht mitgekriegt in der Einteilung vorhin. Wüste. Ja, wir gehen in Wüste. Versuchen, Moneter durcheinander zu sprechen. Ja, versteht die Jüngere kaum. Wo jetzt hin? Lass mal auf diese Insel, auf Rossi. Da waren eben die Dräume. Shadow, wo bist du jetzt? Ich bin hier alleine. Du musst nicht miteinander. Ihr habt mich voll angelogen. Was denn? Ich lüg nicht. Ihr habt mir fast 1000 Zementpaste mitgebracht. Ja, wo bist du jetzt überhaupt? Ja, das sah aber voll viel aus. Ich? Ja. Bist du schon los? Da hat jemand, der Kaputny Flack in den Tresor geworfen. Jemand angewählt? Ich weiß nicht, Elka. Okay. Da rechts waren welche Mollte. Rechts. Ja. Hatte Elka? Ich hab schon rausgegangen. Das sieht so dumm aus, ne? Wie der Raptor läuft. Okay. Oh, hier sind gut Wasser. Okay. Ich guck mal, ich leg alle Weib... Ich leg weiblich her und dann... Oh, zwei. Wie ist der, wie ist der? Elka, wer denn dann in die Stube? Okay, die ganzen anderen. Also, Sniper-Munition maßbezüglich, ähm... In den Kopf schießen oder nicht? Ist was drauf, keine Ahnung. Ähm, ja. Oh, männlich, weiblich, lass aber an dem Tag. Äh, hab ich schon. Na, wo bist du? Hab ich schon ein Stecker. Da ist ein Sattelkar selber tot. Erschießen. Oh. Nein, warte kurz, ich hab noch ein Stammbild. Spieler, da ist ein Spieler. Wo? Aber wie ist er denn? Ja, ich hab mich Stammbild mal nicht rastgerecht aus. Ja, quäsch. Nee, du hast jetzt kein Quäsch, wenn er alle ist. Ja, kann ich ja nicht. Also, was ist mir da irgendwo rechnen halt los? Wieder nicht überprüft, bevor die Session begonnen hat. Natürlich. Ja, das will Flieche, stell dich raus. Kann er sich mal hinlegen, Alter? Okay, sein Thämen hab ich schon mal versaut. Also, tu, da ist eine Katze, eine Baumkatze. Oh Gott. Jason, soll ich kommen, helfen, oder geht's? Du machst Metall. Poli, ich hab zwei Weibliche, die anderen einfach hörten und abbauen. Ja, lenkt ihr ab, ich hab 5 von 8. Schöne mal jetzt. Wo ist der Kibbeltisch? Steht unten. Sicker. Oh, jetzt sehe ich tot oder? Geht's ein bisschen genauer? Ah, hab noch. Bin ich tot? Nein. Oh, shit, man. Was geht denn da ab? Ich muss die Blume abgeliefert. Ja, ich springe im Kreis. Du bist schneller als der. Du hast einen Raptor mit 400 Movement. Bist zu Fuß. Ich sag, der wird angewählt. Oh, shit, ein Rex. Renn, Ilka, renn, 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 renn. Ja, ich häng fest. Oh, shit, man. Und zwei. Rammit, oder was? Ja, ja. Ich hab den Raptor, wenn du noch hast. Aber du hast... Oh, drei Rexe. Was meinen die halt? Wappen oder Primate? Na, die gehen mit Masse. Die gehen halt mit Masse in die Wüste. Rein, hauen, was geht. Okay, die haben aber kein Interesse an uns. Ja, die haben gesehen, ich bin in anderen. Wer ist es, wer ist es, checken? Ähm, es ist... Es ist... Wer ist es? Es ist Stripe name. Okay, die Hannah-Indresse an uns. Dann renn ich jetzt. Und hier ist direkt, hier ist direkt vieler Polio. Wichtiger ist, überleben und halt zurückkommen. Hm. Lass sie es wieder an heranwachsen oder kurz vergessen. Was ist? Wo bist du gerade? Ich bin, äh, wegglobt. Ja, aber alleine. Wie sind das denn getrabt? Okay, den zweiten, äh, hab ich jetzt erst gekämpft, weil das wieder so ein Scheiß heranwachsen hat. Der braucht ewig. Wester Richtung bis überlaufen? Äh, Richtung, äh, wenn man, äh, in unsere Richtung der Base gucken kann, mit, äh, von Dings aus. Also Pärchen sind auch schon wieder alle verarbeitet? Ja, ja. Ich bin auch hier oben auf dieser Plattform. Starbill wird schon wieder angefangen, angefangen, gemacht da. Äh, mit was bist du draußen? Mit Hallehole. Mhm. Mit was? Was? Also, mit meinem Terra. Äh, hast du den Pinguin dabei? Ja. Mit was? Alter, mit meinem Terra Bird und da ist was. Da ist ein Gegner. Ich brauche auch wieder einen Terra Bird, Alter. Weiß den Pinguin mal hier auf dem Rad. Du bist schon mit dem Terra Bird mit Hallehole. Wie viel Gewicht hat der Terra Bird? Ich habe ihn noch, hallo. Weiß den Pinguin mal hier direkt hinten. Hole. Den noch, äh, auf den anderen. Da ist, da ist jemand, da ist jemand. Ja, warte. Wer ist denn? Ist derjenige auf dem Weg zu uns an die Base, oder? Nein, nein. Hast den Pinguin abgeworfen? Die wollten mich gerade mit einem Rocky abschießen. Ja, lass mich einfach lang laufen. Ja, ja. Dann schüchtern müssen. Komm. Aber er läuft gerade weg. Ist er durch? Äh, ja. Ist weg. Und gehen irgendwie? Nein, folgen gehen. Lassen. Also komm nach Hause. Äh, warte noch kurz, Bodo. Oder willst du schon weg? Was willst du noch mal? Ich würde nämlich noch... Zweiter, der eine war wieder ein Heranwachsender. Heranwachsender kannst du nicht vernünftig zählen. Dauert Jahre. Und du kannst sie auch nicht aufheben, wenn sie fertig sind. Okay. Ja. Ich gehe kurz noch auf... Ja, Bodo, mach du zurück. Ich gehe auf eine andere Insel. Da bin ich ziemlich safe. Chris, wo bist du, Sammler? Wo hast du wieder ins Gebäude auf? Ich bin oben auf dem, äh, ziemlich auf der Klippe drauf. Also auf der Klappe war ich auf der... Ganz oben dann. Lauf jetzt aber wieder, wenn du gehst. Hast du Rappet, Milka? Ja, ja, ich bin Kampf auskostet. Ich habe nur auf einmal. Ich habe gerade schon auf dem Spiel hat drei Mal rausgeschossen. Zweimal getroffen. Ich schicke mal das Rix-Level im... Sind jetzt alle wieder unterwegs? Rix-Level 10. Die selber tust? Selber tust. Und jeder weiß, was er machen soll. Ja. Ich sehe keine. Hast du ab, angewählt, Prolog? Ja. Äh, selber tust du schon die 40. 140. Ja, 140 mitnehmen. 140er, was? Äh, selber 10. Äh, Ilkorn? Hab dir da, dann gibt's ihm Headshots, dann braucht er keine, äh, 15 Stück. Solan und Headshots, da braucht er fast gar nichts. Schieß zu zweit drauf. Brauch mal zwei Wetter selber schon? Nee, der letzte ist doch gestorben. Letzt mal. Ja, brauch mal zwei Wetter, damit das was weiß. Darf ich das andere Terry mitnehmen? Der 212er Terrorbird, der hier steht. Wie hoch war der beim Tamen? War das der Heide? Ich hab mal Raketer bekommen. Das war der 90er. Nein. Der Orangenschneider ist bei 90er. Ach so, der 212er. Der selber hat richtig viel, äh, Raketer oder ich hab richtig viel Damage bekommen. Die Gwano dann. Hahaha. What? What? Ach, Indi. Du hast ihn auf Follow gehabt, lass mich raten. Nee, ich hab, nee, was ist der Metall gestellt, bin abgesprungen, hab's Metall bearbeitet, wohnt, ja. Ja, das ist mir letztens auf nem Server auch passiert, keine Angst, Indi. Was denn? Immer mit denen, wo Shadow tamed, passiert mir das Gleiche. Okay, killt ihn mal. Dann regt er sich auf. Ich sag, er nimmt jetzt Terrenzino mit, das ist sowieso besser. Er kann nämlich mehr tragen, oder er nimmt den Biber, der kann auch mehr tragen, weil's Metall da drin weniger wiegt. Metall im Biber wiegt weniger. Ja, Rohmetall im Biber wiegt weniger. Ich bin das nicht. Denk ist da. Doch, du triffst den ganzen mit... Nee, hier snipert irgendwo jemand. Wo ungefähr warst du, Impi? Weichern, wir müssen das irgendwie mit, äh, Chitrin-Keratin... Dann komm ich mit dem Cherry. Weiß? Ich bin jetzt eher nach Hause. Wow, ich hab schon wieder ein Aero, Alter, was ist denn gerade los? Da müsste losgehen, Chitrin-Keratin, weil, wie gesagt, Metall sieht echt schlecht aus. Müssen wir auf Müll machen, Chris. Ja, können wir machen. Zu gefährlich, wir sind gerade vier rechts am Laufen, ne Katze, und da war irgendwo noch einer, der zu Fuß ist und snipert. Und, äh, am, im Randgebiet vom Sumpf? Auch nicht. Da brauchst du es mit dem See, wo du gesagt hast? Da war ich gerade alles übergekommen. Ja, sorry mit irgendwas. Es dauert zwei Minuten nach Spawn. Ah, ich bin hinter dir. Folg mir mal. Ey, wenn ich jetzt... Hab ich gestrampelt? Oh, ich bin schon wieder runter. Es geht's dir nicht, dass ihr ständig runterfliegt. Brauchen wir noch... Ja, ich frag einfach nicht. Das ist gerade echt... Schieß. Ich glaub, das war dumm. Ähm, Captain Rex, dann müssen wir zurück, wenn der ständig rausflieht. Darf ich mal kurz sprechen? Brauchen wir noch, äh, mit, äh, mit, äh, Obsean? Oder soll ich das lassen? Äh, wir brauchen erstmal Teatrin, Keratin und Cementpasta, damit wir das weiterverarbeiten können. Shadow, na, Terrabird ist... Hm. Soll ich mit meinem Terrabird mit Shadow? Eigentliche Viecherklinge. Ich hab jetzt hier ganz andere Probleme. Was ist? Für Laco, Leo, Baryonyx und Saber. Oh! Wo bist du? Gutes Trio. Redwoods Target. Au. Oh, fuck. Oh, fuck, ist das mies. Ah, sie betäuben meinen Frosch. Alles. Haben sie betäubt, oder? Äh, noch ein Schuss. Spring! Ja, bin dabei. Oh, okay, bist du ja da? Glück, dass du ins Wasser kommst. Ein Baryonyx. Ja, und, er ist mit dem Frosch doch schneller. Nein. Nee, Baryonyx ist schneller. Was? Die haben eigentlich alles abgedeckt. Du kannst dich wirklich besonders schnell weg. Die können mit dem Thylacolero, können sie dir überall hinterher. Ja. Konzentrier dich. Richtig? Ich? Soll ich mich jetzt konzentrieren für das Metallabbau? Halt doch die Klapp! Ich bin sehr gut. Ja, ich bin bei dir, hinter dir. Okay, dann kommen wir weiter. Irgendwie was, wenn wir einen Golem finden? Hast du nicht genug Rocket Launcher dabei? Ja, als ob wir den alleine thamen. Ich hab gedacht, dann kommt die alle. Kommt aufs Level auch. Wow, ich bin angegriffen. Oben beim Metall. Wo bist du genau? Hopp! Infos! Ilka, wo bist du? Ich bin vor dir. Links, rechts, hopp! Rett mit mir! Da, wo der Ikwa gestorben ist, genau dort. Oh, scheiße. Scheiße! Da, wo der Ikwa gestorben ist. Kindem, komm! Ilka, starte ich. Ja, mit Rexen, ich hör die Rexe. Okay, komm, Ilka, starte ich. Hier, komm, Ilka, kippen. Ja, starte ich. Kingdem, komm, Kippen. Hallo, Kindem, komm, zurück! Ja. Ja, wir kommen. Alle Raketenwerfer. Los, Ilka, wähl an, bevor die anderen kommen. Alter! Lass mich rennen, lass mich rennen, lass mich rennen, lass mich rennen. Das ist eine Bombenkatze. Durch, durch, durch! Und dann renn! Ah ja, wow, ich renne. Ich renne hoch, ne? Komm, Ilka. Wow, aber Chaser ist ganz schön schlecht. Der hat fünfmal daneben geschossen. Ja, ich komm. Leute, hopp, wie lang braucht er? Ja, wir laufen gerade den Berg hoch. Da ist der Rex von denen. Soll ich den abschießen? Ja, ja, komm, Pum, Pum. Ich hab noch einen Raketenwerfer schießen. Ah, Christoph, erst mal auf den Player zu schießen. Lächer, lächer. Wo sind die, MP? Genau, uns. Mein Stargate. Wenn du den Stargate den Berg hochläufst. Ich bin mit dem Giga raus. Giga drin lassen, MP, erst wenn die durch die Tore sind. Sie werden davon aber abschießen. Eine Rakete und ein Wage. Ja, die kommen gerade von oben den Wald runter. Die sind jetzt gleich bei unserer Base. Ja, die sollten oben bei den Spikes sein. Ja, ich weiß es schon, die Raketenwerfer. Ich hab einen gekillt, was von denen? Bei mir dauert doch noch länger. Da ist der Rex, Polnanny. Da oben ist einer auf Katz. Ja, wir werden geradet. Ja, wir wissen es. Komme zurück. Ich bin schon, ich kämpfe oben gegen die schon. Wir müssen die hier oben aufhalten, bevor wir ihn tut. Ich bin schon. Ich bin schon. Tür zu. Du hast es nicht zugemacht. Ich bin gerade eingelaufen. Wir sind draußen. Wir sind aktuell links von der Base. Wir haben hier oben über der Base Sleeping Bags platziert. Mach die kaputt. Achtung. Rakete. Erster Einschlag. Zweiter Einschlag. Tor ist kaputt. Rex gesichtet. Kommen. Jungs, sie kesseln mich eh. Ja. Sieh zurück mit den... Giga ist Rage. Ich habe keine Chance zurückzukommen. Drei Player auf der... Ping, äh, an der Stargate-Insel. Marco Granate. Von denen oder von uns? Ja, die Gare. Achtung, Alusauro. Sechs kommt rein. Sind unsere Rixe alle in die Base oder ist das ein Gegner? Da kommt ein Gegner gerade. Werden auch von den Todes abgeschossen. Selber mit drauf schießen. Hm. Und wenn es geht, Tor neu setzen. Rampond-Bauer ist die einzigste Chance, wie wir dann Rixe platt machen können. Ihr könnt aufs Dach. Keine Chance, ich muss warten, bis die scheiß drei Player von der Pinguin-Insel runter sind. Unser Giga lebt aber noch, oder? Nein! Okay. Oh, wie schnell halt der, der Drex einfach ist. Ist klar. Ja, die machen die auf extrem viel Speed. Wir müssen versuchen, da drauf Schaden zu machen. Die machen den Drex nur aufs Movement. Okay. Kucke hier.